Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, ich denke, das ist ein bisschen eine andere Linie, was wir gewohnt sind. Aber ein schöner Parcours. Ich laufe nicht sehr technisch, aber manchmal läuft man anders, wie es reitet. Also, ich denke schon, dass wir 10-0 kriegen heute. Kommt ein bisschen auf der Erlaubte Zeit drauf an. Wenn es richtig eng wird, dann kann es natürlich schnell viel passieren. Aber ich finde, das Parcours ist gut gebaut und ich denke, wir kriegen guten Sport. Ja, es ist eine ganz andere Philosophie wie gestern. Gestern war es viel technischer. Die Höhe ist natürlich schon hoch. Es werden auch sicherlich genug Fehler gemacht. Die Richtigkeit wird nicht so abgefragt wie gestern. Von dem 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 den der Erlaubt war. Die Höhe ist ein bisschen of schwierig. Ich danke Ihnen, der Herr Töller. Ich danke Ihnen, der Herr Töller. Vielen Dank.